Ich freue mich natürlich. Es ist eine grosse Zustimmung zu diesen Kulturverträgen, zu diesen vier Kulturverträgen über Konzerttheater Bern. Bern ist ein historisches Museum, Kornhausbibliotheken und Dampfzentrale. Es sind die grössten Kulturverträge, aber es ist eigentlich für mich auch eine klare Zustimmung zum ganzen Kulturpaket, das wir unterbreitet haben, das der Stadtrat bereits zugestimmt hat. Das heisst, wir können die nächsten vier Jahre weiterfahren mit der kulturellen Unterstützung, mit der Bereicherung vom Kulturleben in der Stadt Bern und das freut mich sehr.